Ah, Hilfe! Ich geh jetzt nach Hause stehen. Ich hasse Wasser. Ich muss trocken sein. Ich liebe Geheimdangler. Ich hasse. Du weißt nicht, was hab ich gemacht? Ich muss alle diese... Ich weiß nicht, wie heißt das, aber ich... Das ist alles leer. Ich hasse das alles aufmachen. Alles zuwachen, alles aufmachen, alles zuwachen, alles aufmachen. Gott. Aber was will ich machen jetzt? Ich vergesse immer. Bitte hilf mir an dem Mond. Was? Ah, ja, wüssi. Nein, nein, wüssi, wüssi. Ah, genau. Prost? Prost! Prost! Zicken, nagen. Zicken, 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 na. Zicken, na, zicken, na, zicken, na, zicken, na, zicken, na. Es kocht sich und andere. Ich geh bei den Nachbarn helfen. Nachbarn bist du da? Nachbarn! Nachbarn! Draußen! Ich versuche und teste aber so tödlich. Warte, sollst ihr der Nachbarn helfen? Nachbarn! Ich geh lieber mit den Nachbarn! 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 Was warst du, Nachbarn? Ich falle. Darf ich mit dir fallen? Ja. Ich auch! Äh, ich glaube, es ist gerade nur zwei. Cool! Cool! Ich werde mit anderen bogen. Warte, jetzt auf mich! Bitte! Werden wir alles laufen? Ja! Ich auch! Warte, lieber nicht da packen. Also, ich vergeworben das. Wirst du okay? Aber ich suche euch. Wir packen hier. War gut? Ich muss euch suchen! Wo bist du? Wer ist denn bei Eislauf? Ich glaube, die haben gefahrt. So, unter mich. Warte, ich suche einen besseren Parkplatz. Ich suche sie. Wo bist du? Cool, jetzt mit mir! Cool! Wirst du mit uns fahren? Ja! Mama! Okay! Mama! Warte! Wirst du mit mir packen? Suche mir einen Parkplatz. Ein Kuh! Hallo, Kuh! Bist du Kuh? Hier bist du Kuh! Warte! Wir packen hier! Du mit Kuh! Okay! Kuh! Du kannst schon aussteigen! Wo ist Kuh? Hallo? Kannst du schon aussteigen? Du kannst schon aussteigen! Bitte, Hilfe! Und dann... Du kannst... Okay! Jetzt muss ich nochmal zurück! Hey, ich kann nicht so gut mit dem Boot fahren! Hä? Carolina, ich... Boot? Boot? Warte, ich... Es ist... Unter dem Wasser. Es... Wir haben schon... Warte, ich... Warte, ich... Jetzt bin ich traurig! Ich kann nicht mit dem Boot fahren! Wir gehen den Eis laufen! Ich... Warte jetzt! Oh! Aua! Häh... Häh... Flach, fang durch! Ich hasse mit dem Boot fahren! Hilfe! Ich geh immer in der... Äh... In der... Kuh! Bitte willst du mit... Kuh! Dumme Kuh! Bist du dumme? Boot! Okay, ich warte! Ich... Komm, geh mal jetzt nach Hause parkieren! Geh mal nach Hause parkieren! Geh mal... Guck! Guck! Ich habe dich! Go schweben! Na! 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 Ich kann nicht schwimmen. Geh schon normal heraus. Schwimm normal heraus, habe ich gesagt. Ich kann nicht schwimmen. Bitte. Nach Hause, wieder. Und zum Beispiel bist du auch böse auf mich, okay? Nein. Ich habe dir nicht geholfen. Egal, ich kann nicht. Ich habe nur so eine Sätze gemacht, aber man liebt auch. Ich bin tot. Warte, ich bin zu jetzt. Hilfe. Hilfe. Na gut, ich bin schon aus. Der Geist hilft niemand. Wenn man versteht, versteht nicht, was ist Hilfe. In echt? Ja. Entschuldigung. Cool. Du hast zu mir einen Platz gemacht? Ja. Aber ich mag nicht. Ich mag nur Solo haben. Weil Geister hassen andere Menschen zu sehen. Der Schuh geht gut. Ich hatte welche, was Erwin schon von dir sehen. Jetzt kann ich es lassen. Warum? Jetzt bin ich traurig. Warum? Du weißt genau. Du hast meine Türe gestuft. Du hast meine Türe gestuft. Schick die Türe. Warte, warte, komm, gib. Aua. Du blöde Dachbar. Hey, ich bin nicht blöd. Ich habe nichts passiert gemacht. Nein. Nein. Ich hasse welche, was will mich töten. Auch so wie der Bombermann. Ich mag Menschen nur was lieben. Und die Stütte, wie ich habe ich, Es wäre gekommen da. Warum hast du... Hast du einen Kilo? Nein. Du hast für den Wetter zugesperrt, sag ich dir. Nicht. Hast du einen Kilo? Nein. Es interessiert mich nicht. Was redet du? Warum hast du nicht so geschlafen? Nein. Weronika, Entschuldigung. Weronika, Entschuldigung. Gehst du jetzt weg? Gehst du jetzt weg von dem Haus? Oder was? Weronika, sag ich dir. Weronika, sag ich dir. Sie hat sich für immer zugesperrt mit Stein. Nein. Dann stehe ich noch. Ich geh auch. Aufstehen. Warum, Bombermann, kann ich aufstehen? Ich geh schauen, wie es ist. Na gut. Sie hat nicht weiter geschickt gegeben. Sie hat nicht weiter geschickt gegeben. Stimmt. Ich nehme das, was hat er genommen. Das kann ich nicht. Na gut. Ausgenommen. Jetzt mache ich eine neueste Packung. Jetzt mache ich eine neueste Packung. Geschenk für Alex. Geschenk für Alex. Bus für Alex. Bus für Alex. Willkommen, Bus für Alex. Der beste Weg, der beste Weg. Der beste Weg. Bus für Alex. Bitte schnell kommen. Das wichtigste Bus für Geburtstag Einladung. Was ist passiert mit Alex? Das ist mein Einladung, weil ich feiere heute meinen Namentag. Oder ich weiß nicht was. Weil ich feiere heute Weihnachten. Und ich feiere nicht immer im Dezember, nur ich feiere immer im April. Nein, im Mai. Und heute ist Mai. Da. Einladung fährt jetzt. Für ab. Für Mai. Oder ich feiere meinen Lieblings. Ein guter Lieblings. Zu mir alle Tiere kommen. Und bei mir kommen nur mein bester Freund, der Nachbar. Na gut, ich geschlafe. Nein, ich schlafe schon. Warum gehst du nicht schlafen? Ich will erst das wegmachen. Mach ein bisschen schneller, da gut alle in Ruhe schlafen. Komm bei mir nicht. Ich muss erst das wegmachen. Ich geh schon zu meinem Dach. Ich geh schon zu meinem Nachbar. Hallo Nachbar. Kuscheln. Kuscheln mein Nachbar. Kuscheln Nachbar. Kuscheln. Tuscheln. Weiß du was? Ich feiere heute Mai. Heute ist Mai und Mai. Ich feiere Geistertag. Weiß du was ist Geistertag? Mhm. Geistertag feiert nur, äh, äh, äh. Feiert alles. Und der kann auch Playstation spielen bei mir. und ich zeige bei dir Geheimnis. Tschüss. Jetzt gehen wir schlafen. Zu viel Geistertakt. Alex? Spielst du doch wieder? Ich lege dich schlafen, Alex. Ich lege nur Alex schlafen. Ich warte, dass eine Tiere kommen. Alle Tiere kommen zu mir nur. Ich glaube nicht Alex. Weißt du warum? Ja, ja. Gassentag feiern! Wolfi! Ich habe Hunger. Du brauchst ein Knochen. Ich habe Kohl. Du brauchst ein Knochen für mich. Aber du hast ein Knochen, bitte. Nein, ich habe keine Knochen. Ich habe keine Knochen. Ich habe keine Knochen. Ja. Und komm schnell vorbei. Geistert. Ich zeig dir aus und... China! Tschüss! 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 Tschüss!